Das ist echt nicht gewohnt. Vor allem die Entfernung, das ist nicht mehr normal, man. Vor allem mit dem Kaychake-Spiel, der aussturmt war gespielt, hab ich ihn zuguckt, wo ich tot war. Es waren bestimmt 20 Meter, wo er den gekriegt hat. Ja, die Distance ist hoch. Ich hab die Verkettung von Pure gekriegt, eben. Er hat nicht auf mich gezielt. T-Bong. Naja, egal. Neue Runde, neues Glück, irgendwann kriegen wir es. Schöne Sache. Ohohoho. Och ne, das... Doppelkill. Heieieieiei, alter. Deine Gegner haben sich... Alter, dass ich den Verhauer hab. Mit die Jährlichen. Ja. Ist der Team. Wenn dein Team das halten kann, ist der Sieg sicher. Ja. Ach ja, guck. Hier wieder... Alter, wie heftig echt. Aha. Nein, ich wollte ihn klauen. Geh weg. Mann, du Sau. Äh, ich mein, ich wollte dir helfen. Geh weg. Genieß diesen Moment. Du hast ihn verdient. Ja. Du liegst den Führer, verspiel sie nicht. Oh, Gott. Und von unten einer? Geht sie links, oder? Eine rechts? wie machst du mit einem schlag zwei ich habe zwei hände als ich weiß nicht warum ihr mich so anstellt das ist die die explosion ich hatte da ich hatte unten habe ich eine blitzknatter hin hatten beide halbes leben habe ich dem einen mitgegeben explosion über über explosion den anderen getötet so wie es sich gehört so nein ich hab's auf alle versteht aber das da noch viel davor kommt 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 gar nicht so eine foto wenn was machst du das soll ich ihn machen weil du gerade so wie zugesprung bist ohne irgendwas zu machen ja hätte ich davor geschossen hätte ich mir gegen tisch geschossen ja ja deswegen habe ich das schwere das macht er denn da hallo ich kenne ich doch auch nie nein wie kannst du mein recht ist draußen krieger blick dieser kämpfe ist vorbei ja t jo er spielt ne 9 0 ist klar er gönnt sich alle ich bin zwei mal gestorben habe eine bessere karte als zuführen ja schön passiert stimmt nicht mal guck mal ich habe mich zweimal geopfert für euch ja dass der nächste eine 9 0 hinkriegt stimmt jetzt wo du sagst dacht mir noch warum läufst du so wie ein spezieller mensch auf der karte rum ich und meinen tee ja das ist der ist so ich mal liebe tee ist kein tee das zielwasser kann man nur tee saugen oder was findest du am titan op tem also wenn teilen gibt es keine klasse europäisch finde ich alle klassen sind ok ohne scheiß naja dämmerbruch ist prinzipiell ein bisschen wie die rolle halt einfach ohne dass die dinge abg gewandelt wird die zielsuchende sachen aber du bist halt verdammt schnell wenn die titan das ist schon so ja du bist schnell kannst du vielleicht mal entkommen damit du stirbst oder so aber was hat der für eine op super striker ja kriegt da vielleicht ein sicher auf jeden fall es ist immer das gleiche wenn du nachtpischer spielst und jemand sagt nachtpischer ist op dann sagt man nö ich bin gar nicht bin gar nicht wenn man stormtrance spielt und jemand sagt stormtrance ist op dann kommen alle mit argumenten ja ich spiele jetzt alle drei striker ist genau das gleiche aber ich respektiere die meinung wenn jemand findet dass die klasse op ist dann darf er das finden das ist subjektive wahrnehmung und ist absolut ok ja stimmt aber nicht habt ihr gehört was ich gesagt hab nein keine ahnung ist mir egal nova ist bester 2er kd ja schön das bringt einfach er mit dem schulter angriff du hattest sie schon in der tasche bevor es begonnen ich schlage noch ich krieg noch nicht mal ein assist weil ich spiele ein tru wo liegst den führung verspiel sie nicht jo ja sind unten im spawn mhm können links hat er hat er nicht versucht oder doch auch jetzt steht er im Harz kommt er draußen leck mich doch mal er kommt rein er kommt hoch in die Mitte wer zwei denn bei mir im gang sind ja das war das fail von mir joo komm da steh ich dir eigentlich grundsätzlich zu tim mir richtig äh das war zwar ein hattie aber blitzgranate sowie spritzgranate spitzgranate tschuldigung drinnen trauen sie sich da raus oder was willst du mich ver- neet nerf beide zusammen ja und dass der nahkampf 90% der lebenspunkte abzieht ist auch ziemlich stark weil du gibst nur einen hit mit einer wache so kurzer sch- äh dings und dann nahkampffschlag muss natürlich aber auch die distanz dazu haben aber bei der gewendigkeit vom titan sollte das kein problem sein man muss ihn durchaus balancen aber op finde ich ihn eigentlich nicht es steht noch unentschieden joo das tut äh das war ein hattie aber ist egal lass dich damit zu eindringen komm wieder ich sehe nur den kopf und es wird als body gezählt ja sie sind dreck mittel schon was also er läuft halt einfach um punch mich alle ich so ne scheiß joh die axion och meine fresse ja und ja Tim full armor triple tap muss auch geändert werden absolut darf nicht sein dass die Rüstungswerte teilweise so stark variieren ich glaube an dich Hüter gib alles ich versuche euch da unten einzuzwingen lasst sie einfach oh shit sind sie wieder rechts du hast Hüter gefallen ja ja und alle ja klar ist klar ganz easy headshot no scope ist klar ich kann doch nicht sagen außer dass einer gerade die Treppen hinten runterläuft nichts von dir warlock springt hier rum leger in der Mitte ja die sind alle da in der Mitte oben drauf ja kannst du nichts machen ich kriege auch ein Tick von von der Pischlampen verpissen sie ja klar klar kommt nichts von dir ja ich dachte ich wäre auf dem Herz gewesen man das war doch so ein schöner Quickscope das hätte ruhig sein dürfen einfach wegen Style ich habe das Gefühl dass bei mir gar nichts grad connected connected hat es schon aber nicht dass es sollte ja richtig yo ist klar ich sehe leider nichts ja steht hinten auf dem revive komm 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 ich stehe in dem Hardscope er ist tot keiner heavy für ihn der andere geht hinten hat glaube ich keiner war zu weit war zu weit sauber also ich dachte ich hau einfach noch die weiteren Schüsse drauf in der Hoffnung dass er stirbt und ich mit ihm scheiß drauf ja ja und zum Glück hat es funktioniert ey ich ich du liegst hinten doch du hast eine Schuss nicht gut das war ganz schlecht jetzt geht ihr da beide rein oder ich muss mal ganz kurz das hier gleich einfach loswerden besten dank und dann geht er hee joh Joh wohl Pass auf, dass ich nicht flankehe. Rechts nichts, rechts ist gut. Links rum kommt einer. Fuck, scheiß Wand. Links ist gut. Ich habe Nova. Ach, da kannst du mir erzählen, was du willst, du scheiß Titan. Ich würde am liebsten jetzt in Nova da runter klatschen. 2 habe ich, aber ich verbrenne. Zehn Sekunden. Zeige es Ihnen jetzt. Genieß diesen Moment. Du hast ihn verdient. Wenn ich jetzt jemanden mit der Nova picken kann, soll ich? Ja. Ja. Der wirft immer da eine Aktion hoch. Um im Raum 2. Die Gute ist nicht dabei. Der lebt noch. Okay, jetzt nicht mehr. Schön, das hätte auch ins Auge gehen können. Ja, ich war auch gerade da. Ich muss unbedingt lernen anzusagen, was sie sind. Das ist wieder halb voll. Hammer beim. Bei mir hinten. Hammer pusht mich. Hammer weg. Letzter ist hinten bei uns. Nicht zusammenstehen, ich weiß nicht, ob der noch zugehört. Nee, ist Mitte. Naja, verreckter Ulle. Naja, egal. Wo ist der? Weck unten. Okay. Geh. Geh. Ich liebe den Titan einfach. Ja. Die Geschwindigkeit ist einfach herrlich. Ich mag das. Geh. Ja, ich mach das. Leute, wie geht's jetzt am Stream? Ja, natürlich stimmt. Ja, hier ist das. Alles tutti frutti, ich hab nicht mehr viel Tee. My life is hard. Royal, mir gehts gut. Mir gehts auch gut. Läuft gerade. Alles null, eins fünf, eins eins. Klinge, Nachtpirscher, Revolverheld. Alle Knochen. Einer sniped und zwei spielen Pumpe. Matador. Noch. Die erste Runde. Mir gehts auch gut, danke. Nachwechseln sehen wir. Pistol. Wenn ich mal mein Pumpe dabei schaue. Also der beste ist der Nachtpirscher. Ihr liebstes Emoji jetzt schon, ja. Ich bin mir am überlegen bei dem T-Bong-Dings wirklich noch den Rand wegzunehmen, wo steht T-Bong. Weil dann sieht man es doch besser von der Umkerbung her, weil man kann es nicht lesen. Ich hab's befürchtet, aber ich dachte ich lass mal so hoch. Och, er wollte mich sticken. Jo. Ich bin schon hinter der Wand und bei links. Oh, 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 oh. Jungs. Jo. Ach komm. Komm rein. Ja, Pumpe. Pumpe, nah Kampf. Ja, die Pumpe hat mich verfehlt. Also Backstab, wenn ich geteilt habe. Ich pushen sie nicht mehr so. Jo. Ich pushen sie nicht mehr so. Pass auf. Dann denken viele falsch, ist aber ein Insider. Jo. Schauen was sich da machen lässt. Ich glaube an dich, Hüter. Gib alles. Nade, nade, nade. Ja, ist klar. Runter, ich geh runter. Komm. Ich bin low, ich kann nichts machen. Komm über die Meter hoch. Oh nein. Ab rein. Was ist Buddy? Ja, verpiss dich wieder. Ja, Stagnate. Ja, draußen offen. Man kann mich holen. Ja, jetzt nicht. Ja. Ja, er kriegt den zweiten Revive noch. Ja, komm. Ja, komm. Ist klar. What the hell? Ja, komm. Ja, Pistel. Was sonst? Pistole. Steh auf. Lass deiner Wut dem nächsten nach. Vor allem erstellt die Kims mit Pistole von mir ab, mit Punch von mir ab. Und wir holten ihn halt wieder. Was sind schon ein paar Punkte zwischen dir und dem Sieg? Weiter geht's. Fuck. Oh ja. Willst du mich verarscheln? Ja, alter. Niemals, Mann. Er kommt hier. Ja, ach toll. Ja, no scope. Ist klar. Alle beide. Ah, ich gebe ihm nur ein Body. Please. Der ist reingerutscht und im Rutschen hat er mir das Messer angeschlagen, alter. Komm, Jungs. Konzentrieren. Schwere Munition kommt. Ich stehe extra in der Ecke, alle wappt. Er rutscht rein und weißt dir das Messer in die Fresse, alle. Nein, Tim. Die U. Kommt eh Chaos. Irgendwas super kommt jetzt. Ja, Golden Gun. No. Schwere Munition kommt. Nein. Komm jetzt, Mann. Ja. Ja. Oh Gott. Was? Ich stehe hier hinter der Ecke. Boah, ich habe dem so einen Headshot gegeben. Der hat sich geduckt. Der hat sich geduckt. Naja. Der mit der goldenen. Der Schuss ist oben drüber, weil es sich geduckt hat. Den habe ich auch eigentlich hinten. Ey, Mann. Das ist doch lächerlich. Ja, ganz easy. Die Verbindung. Und jetzt kommt Klinge. Ja, klar. Ich würde gar nicht so großartig rausgehen. Ja, ist klar. Schön draußen campen. Jo, rauch alles. Okay. Geh du. Fix. Noch einer da oben. Er ist weak. Harbesleben. Harbesleben. Passt auf für super. Aber. Ja. Er springt über dich drüber, gell. Ich habe meine super ready. Okay. Kannst du für die Klinge nehmen dann. Ja. Mach ich. Viel etwas defensiver. Ich habe Nova. Nicht mehr da oben snipen für. Ja, Andi auch nicht. Komm gleich eine Granate. Ne, passt schon. Ich würde bloß gut gehen. Jo. Seek you one. Achtung. Ja. Ja, schon von hinten. Ach, komm. Komm. Ja, schön draußen vercampen. Nades werfen und vercampen. Ihr seid die Helden. Sie snipen aber auch gut. Sie spielen richtig. So musst du spielen. Na, wenn ich doch bloß eine Granate ready gehabt hätte. Hm. Versuch die Versuchung, die dann fällt. Ja, das ist... Ah, scheisse. Hab einen. Oh. Klinge. Mach ich. Klinge. Klinge. Mache ich. Ja. Bleibt am Tisch hängen. Schön sauber. Ja, der letzte hinten. Schattenschrittbogen. Ja, war klar. Rambo-Kombo. Wenn der Dings weg ist, probieren wir. Er geht ganz ruhig. Wiederbeleben. Jo. Ach, guck. Und mein Dings weg ist. Meine Nade. Er steht in meiner Nade, kriegt den Schaden und drückt mir trotzdem. Oh, die haben das gut gemacht. Was willst du? Doch, die Luna ist nicht zwangsläufig besser, aber am einfachsten kommst du halt an eine Pauline Rom ran. Nice Bullet, nice. Schlaf gut Bullet. Oh, meine Nade. Jo, die Eben hat einfach stark gespielt. Was wirst du machen? Ja, ich auch. Das war schon gut für mich. Und ich habe mit dem Striker übrigens extra noch gewartet wegen der Klinge, weil ich wusste, dass der nicht reinkommt, wenn er wieder rausgeht. Ost doch doch, ich habe eine Luna, aber keine gute. Vor allem Pure. Ja. Vorhin haben wir gesagt, dass der Nexus die Klinge übernimmt. Jo. Und du haust die Nova raus. Ja, sorry. Einfach das Gefühl, ich zahle. Schon gut, es sind hier zu Sachen, da... Aber eigentlich hätte ich ihn noch treffen müssen mit der Nova. Nein, er war recht weit... Er war gerade durch die Tür raus und sie knallt an die Tür. Er war recht weit weit hinten. Du hast ihm schon Schaden gemacht, aber du hast es nicht geduldet. Okay. Und dann habe ich ihm mit dem Sniper gehittet. Geisse. Und das hat dann aber nicht gereicht. Ja, ja. Aber ich merke es, wenn ich mehr spiele, dass ich wesentlich besser aime. Wenn ich viel Destiny spiele, verbessert sich mein Aiming massiv. Ja gut, das ist klar. Und wenn ich dann wieder in der Halle Ewigkeit Pause mache, dann habe ich das Gefühl, ich bin der größte Bob der Welt. Nichts gegen Bob an dieser Stelle. Irgendwann werde ich verklagt, weil ich immer Bob nehme. Als Beispiel. Aber das ist so wie Max Mustermann. Hm, genau. Ist eine Palindruhe mit versteckter Hand und gesetzloser Gut. Wenn du noch gezogener Lauf drauf hast, Kublon, dann kannst du sie sehr gut spielen. Geisse an Andy, Gene von Exotics raus. So, liebe Grüße zurück. Aber ich muss sagen, mir macht es gerade echt Spaß, Rosiris zu spielen. Auch wenn wir jetzt gerade... Also die Gegner vorhin waren echt gute Spieler, aber das... Mir hat das Ding mir gefallen, es hat gefordert. Eliminiert alle gegnerischen Ziele. Nein, oh, ich kann man jeder kantern. Jetzt bin ich sicher zu spät. Achtung, Granate. Sorry. Wo liegt der? Beim Tresen. Gut. Wow. Beide beim Tresen. Beide beim Tresen. Entschuldigung. Warst du gerade auf dem Mixer, oder? Ich wollte eigentlich wegrennen, aber ich hing da in der Ecke fest. Warum auch immer. Du warst mitgeschossen, hab ich nicht. Deswegen? Äh, ja. Hab ich gemerkt. Tür auf, Achtung. Einer hat hinten einen Hit. Unten und hinten. Runden zwei, hinten einer. Oh Gott. Ich probier zu flankieren von der Treppe. Ach. Fuck you. Bei dem engen Gang komm ich rein mit dem Shit. Einer hat einen Hit. Kannst mich holen dann. Wie? Ne. Ja. Ja. Was? Überlebt. 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 Ja. Er kommt hoch. Überlebt den oberen. Kann ich machen. Granat an die Wand. Ich kann nichts machen. Ey, wie geht das? Ja, sorry Andy. War halt so ein klassischer. Er macht einen Schuss, macht Nahkampf. 90% Schaden. Nahkampf. Du kannst mit allem einen Hit machen und dann Nahkampf. Direkt tot. So heftig. Ich seh noch nicht mal seinen Kopf, aber er trifft mich. Ist nicht schlafen Mikro? Ist nicht schlafen Mikro? Bist gerne hier noch ein bisschen willkommen. Hinten stehen. Entstanden. Hat er einen Hit. Granate. Hinten einer. Hinten einer. War hinten. Nei, gehen runter. Treppe einer ist drin. Tch. Tch. Come on. Nei, diese Punt. Mike. Watsödi Andy. Oop. Einer hinten. Yo. Schön, der andere steht noch hinten. Komm nach vorne. Nach rechts. Rechts. Na komm. Drauf, drauf, drauf. Du hast jetzt so Glück gehabt. Ich bin da. Na gut. Alles können. Hat er sie schon in der Tasche, bevor es begonnen hat? Ich spiel gerade jetzt echt schlecht. Und vorhin so schön durchgerannt. Und jetzt einfach das hier. Du bist bald bei 3,65. Wenn wir da mal Zeit haben, dass wir sie zu höher kommen sind. Ich hab Nova. Geh mal Mitte durch. Ich schmeiße gleich rechts raus. Äh. Wo die Sphären. Damit ich die trotzdem noch kriege. Gut, hab sie. Hat einen kleinen Hit. 40er. Hammer. Really? Du hast diesen Moment. Du hast ihn verdient. War das dein Hammer, Andi? Nein. Okay. Hammerzünden droht. Äh. Okay. Komplette Pistol Muni auf den Druck geschossen und Genarkampf. Okay. Gut. Habe einen. Du hast schwere Munition. Wie fällt gerade ein, dass ich was falsch geskillt habe? Okay. Ich hab gar keine Gesundheitsregeneration nach dem Schulter Charge. Nö. Das ist echt gut. Es ist gut, dass mir das erst jetzt auffällt. Ich bin das noch gewechselt für ein Quota-Video. Äh. Äh. Wo bleibt der Schadenohr? Jo. Er liegt da und tot unten. Titan steht da. Ach komm scheiße. Alle Gegner wurden ausgeschaltet. Jo. Danke Shadow. Hey Björn. Ah. X-Alex. Shadow. Hallöchen. Guten Abend. Äh. Äh. Nils. Matoba hat mir noch geschrieben. Hey bin für heute raus. Ja ist gut. Gesehen startet ein neues. Good luck. Wenn ihr Lust auf. Lust auf. Lust und Zeit habt. Können wir morgen. Morgen Abend eins machen. Ja mal schauen. Mal schauen was ich morgen mache. Ich glaube ich schreibe schon falsch in den Stream rein. Äh. 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 Jörg. Achso Shadow. Okay. Ist aber lieb. Oh man nach Persia. Mit der Bandit. Doppelstuck nade. Jo. Beide Hammer spielen doppelstuck. 06 1 und 06. Prüfungen von Osiris. Alpha Team. Wie viel Gruß eine Pure vom Shadow. Jo. Danke. Gruß zurück. Und er ringt den Sieg. Außen bei mir bitte. Bitte. Gewinnen. Oh rip. Die hat doch gut geschlittert aber. Was? Niemals. Rechts bei mir raus. Komm raus. Nein. Ich muss. Es fängt jetzt von dir. Jo. Der schwebt. Ich musste nachladen. Alter generiert der schnell leer. Leben. Ja. Wahrscheinlich voll auf Erholung. Ich habe jetzt aber ganz blöd gezielt. So viel noch zu. Nö. Umso länger ich spiele. desto besser wird das Aiming. Ajo. Schwachsinn. Einer Body. Nö. 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 Es geht um den Spawn. Unser Spawn. Unser Spawn. Okay. 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 Muss wahrscheinlich außen jetzt. Ah nein. Noch nicht. Ist geduckt. Hat einen Hit. Shadow Island. Also ab und dann beide Shadows. Hallöchen. Ah Hilfe. Du bist ja alleine Björn. Ich spiele nachher noch eine Runde mit dir vielleicht. Und dann wie meine. Fläftige Versorgung. Kämpfe damit das so bleibt. Im Laufens. In unserem Spawn. Yo. Boah. Wo ist die Deckung Pure? Hä? Ja. Sorry. Ich hab nicht. Hochzeichen gehabt. Och. Er hat mich echt noch. Ist einer in der Mitte rechts. Pure. Rechts. Ja. Pistol. Ach Gott. Komm noch einer Andy. Nee. Panendrom. Hä? Gut. Der andere steht rechts. Ist direkt hinter der Säule. Links. Panendrom hat er. Komm nach vorne. Holt sich die Leiche. Sehe ihn nicht mehr. Er steht rechts von der Tee. Immer noch rechts von der Tee. Hat er eine Hand. Cooler genannt er. Nice. Gott. Wir sind mal cool aus. So finde ich das schön. Ist red. Da ist red. Ich glaube mir gehts gut. Dank der Nachfrage. Schwere Munition. Schwere Munition. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ey wie kann der mich stacken? Mh. Ja er hat Schwere links. Pass auf. Ja er holt sich Schwere. Hat ein MG. MG. Ja. Ist hinterm Tisch. Ja lass ihn da. Lass ihn da. Kommt vor. Geht aufm Revive. Ist aufm Revive. Guckuck. Guckuck. Genieß diesen Moment. Du hast ihn verdient. Eigentlich wollte ich Chaos machen einfach. Naja. Wie sagt man denn in der Schweiz? Guckuck. 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 Guckuseli. Ok. Wo ist der letzte? Gerne ihn mir. Jetzt lass ihn. Hammer. Ja gegen. Alter. Weil da ein mini rostiger Nagel an der Wand. Mitten in der Luft hängt. Ey das ist. Wo hat er sich getötet? Es ist schon wieder lächerlich ey. Okay. Komm ich lauf gerade runter. Schmeiß sie. Und mit ne. Meine Fresse ist es. Okay. Pio ist der Nova-Indianer-Chain. Der armen. Halt die Fresse. Hahahaha. Oh man das gibt's doch nicht. Hallo bitte. Etwas kontinuierlos. Nein. Oh Windex. Ähm. Ich hab keine Xbox One. Also keine Destiny auf Xbox One. Ich hab eine Xbox One aber da hab ich nur die Halo Let's Plays gemacht und noch andere Spiele. Majestätig Manfred. Hey Nexus. Danke für die vielen schönen Streams und Let's Plays. Schaut man gerne mal rein nach Feierabend. Dankeschön. Dafür ist es gedacht. Schön dass es auch so ankommt wie es gedacht ist. Danke. Okay. Ah ja. Bubblegum Squad. Okay. Rape. Ja. Xbox One hat da ein bisschen zu leiden mit Destiny. Es gibt wenige die jetzt auf die Xbox One spielen. Also noch einmal mehr die auf die PS wechseln. Ja. Also wegen Destiny ja. Hm. Es wird zwangsläufig wenn das so weiter geht zum Tod von Destiny auf die Xbox One. Mach nix like. John spielt mit dir. Aber da hat sich... Microsoft hat sich echt einfach selber verbockt. Irgendwo schon. Nachtpirscher, Striker, Hammer. 1-4-1-1-1. Letztes Wort. Leerer Blick. Palindrom. Pistol. Luna. Eisbrecher. Ja. Ja. Du dir mal eingefallen. Hm? Und trackt ihn halt jedes Mal. Ja. Mach ich schon immer. Das macht dich selber, wir. Ich bin nicht böse gemeint aber. Oh, okay. Oh, du Head Glitcher, alter. Oh, du Head Glitcher, alter. Oh, du Endling. Oh, du Hörst! Oh, du. Oh. Oh, du. Oh, du Hörst! da unterwegs sind. Mach die Tür auf. Ach, komm. Juki, weg da. Oh! Alle drei drin. Oh nein! Nein, nein! Dundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundund Ja nicht Lasertags, sondern Laserschach und... whatever. Achtung, Liskonata am Fenster. Jo, wir kommen rechts, die Treppen hoch, pass auf rechts, die Treppen hoch. Kommen alle dort. Jo. Einmal schon durch. Hab mich. Ich liege gut. Ich liege gut. Vier. Zwei. Ja, ist klar. Andi, hol ihn, hol ihn, hol ihn. Ja, dann hol du den anderen aber auch. Ja, weg. Egal, hol ihn, Pew. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm beide hoch. Ja, ich kann nichts machen, ich hab keine Kanade. Ich hätte es einfach... Gehen beide da in der Tür, jetzt gehen sie mitten in den Raum rein. Immer noch da. Einer kommt, Titan kommt. Jung. Alter, geh dich vergraben, ey. Pass auf, pass auf. Oh, man. Keine Kanade, kein Muni mehr kaputt. Er stirbt halt rein. Ja, ich krieg von draußen ne Hit, renn ich rein, krieg von drinnen den Hit, ey. Er hat auch schon viele, die von der PS auf die Xbox One gewechselt haben. Okay, kommt dann scheinbar auch die Kumpels drauf an, ich kenn's nur umgekehrt. Ein Hit leider nicht. Killed. Ja, lass die da draußen gammeln. Einer steht ganz unten. Ganz unten, Achtung an die. Fuck. Gibt's denn? Links, links, hinter? Hey. By the way, by the way. Das gibt's nicht. Nimm da raus. Du sind doch alle auf die Tuch. Ey. Der hätt tot sein müssen. Ja, komm. Es ist so lächerlich. Der hättest du gefehlt als Frack-Kaller. Ist das mich? Schön. Deine Gegner haben sich an dir aufgerieben. Neox, vielen lieben Dank für den Haust, meine Liebe. Ich kotzt das Ohr, nee. Was habt ihr für ein Thema hier bei mir? Schwere Munition, komm. Ich stelle schwere aufschlösen. Die Mann hat schlecht gedacht, aber die sind trotzdem wieder draußen. Ja. Einer hat versucht von hinten reinzukommen. Schwere Munition, komm. Sehr slow hinten bei mir. Pio, links, hinter dir. Na, Pio, Pio, rechts, rechts. Hammer. Ja. Was soll ich da machen? Wenn ich nach hinten weggesprungen wäre, wäre der Bogen gewesen. Komm stärker zurück. Ja. Ich bin weg. Die muss weg weg. Ich bin weg. Ja. Ich bin weg. Und du kannst mich in deinem Weg. Hey. Nein. Fuck. Yo, ist klar! Schön. Habt ihr die Kupen rein? Ah, der... Wow! Nein. Ja. Ist klar! Der Schlag hat mich zurückgebounced und dann konnte ich den zweiten nicht mehr ansetzen. Sag mal, ist das meine Verbindung, die spinnt? Oder... Ich weiß es nicht, bei mir sind sie sauber. Ja, bei mir auch, aber er holt... Ich hab den Schuss durch die Tür bekommen. Mal verlacht, niemals. Ich bin der gefallen. Ja, ey, du stehst nur im Hardscope da rum, Mann! Ja, nicht Toileren. Ey, das ist zu kotzen, die Puschen. Ja. Da kommt aber ein Axel hinterher bei denen. Ja. Der ist angehebt. Ja. 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 Fuck. Der macht euch beide fertig. Ja! Lass es nicht so enden. Kämpfe rein! Steck dir dein Winken sonst wohin. Chill doch mal, Jungs. Mätschball! Zeit für ein Kerl! Der eine steht nur in unserem scheiße fixen Hardscope da rum, Mann! Ja, dann lass uns die doch mal von hinten umlaufen. Ja, dann lass uns die doch mal von hinten umlaufen. Ja, dann lass uns die doch mal von hinten umlaufen. Ja, der hat uns gerade schön auf die drücke. Der andere hat ihn hinterher. Geht sich zurück, der eine. Du bist alleine da dringend, Pugh. Ja. Ja, einer ist hier unten. Vielleicht ist außen. Geh ich halt mit nach draußen. Okay. Wir sind in der Zone, wir haben die beiden hier draußen. Die Zone ist draußen, Jungs. Das ist hier links auf. Hammer. Oh, Hammer. Ich setz mir einen Strike ein. Ja, fuck. Der ist bei mir. Die Extrazeit beginnt. Wenn ihr sie nicht ausschalten könnt. Nee, nicht richtig. Wow. Ja, toll. Hätte auch anders ausgehen können. War schon gut. War schon gut. Hey, Lana. Servus. Ich hab noch einen Zugang. Jaku ist wahrscheinlich eingepampiert hier. Das ist Matchballhüter. Vorsicht! Warte! Von hinten, von hinten. Von hinten, von hinten. Ein ist weak. Der rechts ist weak. Der rechts ist weak. Oh, ich hab kein Muni mehr. Und ich kann den Zugang. Ja, ich muss nachladen. Uff. Alter. Du hast ihn verdient. Du hast ihn verdient. Ja, dann halt dich mal wieder zurück. Ja, die haben gut gespielt. Ja, sorry, ich musste nachladen. War sehr, sehr riskant von mir. Ja. War sehr, sehr riskant von mir. Wir haben beide den Strike aneinander vorbeigesetzt. Ich hab auch schon so den Nexus. Ja. Ich springe hoch mit den Boxen und ich drück's gegen die Wand anstatt an ihn. Sweet, sweet. Ja, PC ist grundsätzlich schon immer die beste Wahl. Aber mit unter anderem auch die teuerste. Weil du halt immer... Du kannst schon sagen, ja gut, alles wird upgedatet und so weiter und so fort. Und hochgeschraubt und gestuft. Nichtsdestotrotz musst du deine Grafikkarte, Prozessor, etc. teilweise dann auch wieder anpassen. Damit du alle Spiele spielen kannst. Und musst nicht. Du kannst jetzt auch noch niedrige Anforderungen spielen. Aber du hast halt Installation und wenn etwas nicht funktioniert, musst du vielleicht hier diesen Treiber noch runterladen und pipapo. Bei der Konsole hast du das halt nicht. Wirfst die Konsole hin, die wird geupdatet, fertig, gut. CD rein, spielen, los, fertig. Ganz unkompliziert, ohne dass du dir noch irgendwelche Gedanken um etwas anderes machen musst. Und ich glaube, diese Bequemlichkeit ist es, die nachher die Konsole... Also den Kauf zur Konsole entscheidet. Und es ist viel einfacher mit mehreren Leuten an der Konsole zu spielen, als auf dem PC. Also ich rede jetzt davon, wenn du at home bist, ne. Wirfst es an den Fernseher an, hast vier Controller und dann kannst du, keine Ahnung, FIFA gegeneinander spielen oder sonst was. Das ist es halt. Aber ja, grundsätzlich ist PC schon Master Race, wenn man so will. Wenn man sich einen guten PC kauft, für zum Beispiel 7000 Euro, ja, dann hast du einen halben Server bei dir rumstehen, ist schon klar. Aber du musst dir halt überlegen, du kaufst dir... Wie viel kostet die PS? Wie viel hat sie gekostet? 500, 600? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Was? Die Playstation. Ein Striker 2 Nachtpirscher. Wie teuer war die? Die Playstation? 3, 400, je nachdem wann du sie gekauft hast. Und dann rechnest du noch alle Spiele dir zu, die du nimmst, dann kommst du schlussendlich ja trotzdem günstiger weg. Aber natürlich... Moin Handel, Fervus. Ich geb dir recht, PC ist grundsätzlich schon am besten. Ich behaupte mal, die Jungs sind sehr gut, ich hab sie jetzt mal nicht getrackt. Aber die Namen sagen mir was. Der Ivory Weed, Finn Luca, Eisbocher. Eisbocher. We do not forgive. No mercy. Dicked. Moinzen Smolski. 300 momentan, hm. Läuft aber auf das hinaus, was ich meinte. Oh shit. Wie seid ich mir lieber, Olaf? Ja. Joooo. Joooo. Für den Hebsch. Recht, Fabian. Dollar is what I need. Hey. Neun. Töt ihn. Schön, der andere steht auch noch da. Joooo. Er gibt mir einen No-Scope. Er ist geduckt, geduckt. Hinterm Tisch. Schöööön. What the fuck? Rich as fuck, Camper. 2 Dollar. Vielen lieben Dank. Jens Tux. Jo, alles fehlt und bei dir, Smolski. Meine Güte. Schmolz. Der Vorteil ist auf deiner Seite. Kämpfe damit das so bleibt. Waaah. Niemals. Ich stehe bei dir immer. Ganz hinten. Wo, wo liege ich denn? Ich liege eigentlich ganz gut. Kannst mich probieren zu holen, Andi. Ich lege rechts von dir. Ja, fuck ich hole nicht. Ich bin grad zu low, Allah. Der geht hinten auf den Revive Ja Ja genau Der eine ist in der Mitte drin Pass auf Rechts kommt eine Zurück Ja Der eine steht immer noch in der Mitte drin Alter Ich kann mich grad nicht bewegen Ich muss irgendwo nach hinten Ein rechts Eine ganz rechts hinten Einer war nach vorne ein bisschen Einer in der Mitte noch drin Das im Harz kommt Den bitte raus noch Nein, nicht klar Jetzt gucken wir zu euch runter Pass auf Einer guckt von links hinten Und ich runter Boah, Alter Nein Ja Ich häng hier komplett in Smoke Ja Da kommt Ja, keine Chance Zwei Rauchgranaten Geil Auch Schmolz geht es ja schon Äh, was ich soll Eisbrecher Mal in Throm spielen Ja, kann ich nachher machen Bei der ersten Spiele oder so Äh Setz alles auf eine Karte Es steht noch unentschieden Ja, wie will ich heute noch werfen, Alter Oh, schön drin Ganz rechts hin da hin Komm raus Ich komm zu euch aus Schön Titan down Letzter ist da auch noch Aber Alle Gegner wurden ausgeschaltet Ja, läuft ganz gut Es sind Euro, keine Dollar Euro, sorry Wenn dein Team das halten kann Ist der Sieg sicher Oh, ganz hinten Hinten rechts Die sind Nader noch Einbruchzeit Oh, ich hab Nova Ja, zeigt euch da rechts gar nimmer So, warte Ich habe einen dann eingehen Warten bloß drauf Nein, es geht die Tür zu Gäger down Warte, wo der Treppe Okay Es lo- One Ein Nein, ich werde die Läger hin Weggerutscht Lass es überladen Lass es überladen Lass es überladen Bin ich schon frei Ich muss halt nur gucken, dass er nirgends jetzt rauskommt Also eine Leiche liegt hier drin Da steht noch, da steht noch unten Geht da unten durch, bitte Okay, pass da auf, ja Schön Ja, mach ich Ich nehme es immer besser Ja, manchmal geht das Manchmal aim ich richtig Aber manchmal knall ich so dermaßen daneben Schwere Munition kommt Ich hab Nova Ich bin low, ich kann gerade nichts machen Ganz hinten Den Tod habe aber aufgenommen Alter Schläge Achtung, die snipe nach mich Sehr schön Uh, das war knapp Rechts, rechts, rechts Ja, genau Fuck Hast du die Heavy? Äh, heute nicht mehr, Schmolzki Heute nicht mehr Hä, wo kommt die Blitzgranate her? Ich hätte durchgeworfen vorhin Schmuck deine Nova auf Äh, nicht einsetzen Ne Außer du bist eins gegen eins noch dann Aber Weißen oben im Raum drin Und zwar links Vielleicht will sie nicht zu lange lasten lassen Dann probier sie zu duolieren Das Problem ist Die werden eh alle super voller Meine Heavy Jouwa Gleitenkorn, push Ja, kommt Ja, ach, fick dich Mann Äh Verlust bist normal im Schmelztiegel Wer soll dich antreiben? Äh, einfach nur Blank-Hardskopen Euer Team-Lekranen Von unten hoch Komm, glaube ich komplett hinten rum Ja, tun sie auch Ja, einer ganz hinten Ja, rauch, spiegs kann man Bei mir hier hin Das stimmt nicht, was du kimpst, gell Ja, das ist das zweite Mal, wo ich ihm ein Body gebe, Mann Ja, die stehen ganz unten Schön, super Campen Ah, fuck Einen hab ich unten im Gang drin Ich bewege mich Einer hat mich in den Gang Auch bei uns Ach, nee Ach, scheiße Rechts von dir, rechts von dir Oh, bei der schwere Zelle Wo, wo ist mein Nahkampf hin? Schön Drauf, drauf, drauf Schön Schön Boah Ich glaube, mein Nahkampf ist ins Nichts geflogen Einfach ins Nichts Ja, ja Schon wieder Das ist genial, ne? Das ist das Problem mit dem Schattenschritt Hm Oh da, doch, doch Ich werde irgendwann auch müde Sorry, Nova muss nicht rauslauen Wenn ich einen erwische Da brauche ich die Chaos rein Oh Nice Wenn ich die Chaos machen, der ist tot Ja, ja Verdammt Na Alle werden aber Licht sehen Links, links, links Yo Ich bleib am Tisch hängen Ey, das gibt es nicht Was ich für ein Glück immer hab Alle, der hat mir einen Quickscope gegeben, glaube ich Ja, ist gut Sie sind allesamt gut Von dem Egal, komm Konzentrieren Ich gehe wieder durch die Mitte Oh Komm jetzt Ich liege gut Der andere liegt schlecht für sie Komm, hol mich, Piu, hol mich, hol mich, hol mich, hol mich Du hast mich nicht beliebt Da ist ein Pfeil draußen, da ist ein Pfeil draußen Du hast mich nicht beliebt Klar, du warst bei 100% Du darfst nicht loslassen, einfach weiter drücken Du lernst das so Ich hab auch nicht losgelassen Ey, was ist das für eine Scheiße Ich hab durchgehend gedrückt Ich hab nicht losgelassen Dann sind wir alle super draußen, gell? Äh Jo, ich seh nichts Ach Du bist da komplett alleine, Piu Ja, breit für dich 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 Ich gehe down, Mombo, Mombo Danke Ich sehe den, der andere kommt hoch, kommt hoch Belebt, belebt, schöne Granate Hit, hat einen Hit, hat einen Hit Schlag, Schlag, Schlag Ja Ja, ja, nö Schön, hol mich, hol mich Er hat nicht gezogen, der Schlag Der andere steht bei der Treppe Hinten Hinten Gerade geht runter Ja, nicht nach, nicht nach, nicht nach Er ist schon weg Ich lock dir ihn Ich gehe die Zonen nehmen Die Extrazeit beginnt Meld die Zone ein Um zu einem schnellen Ende zu kommen Geht doch Oh shit, das war heftig jetzt, ne? Puh Zumi, guten Abend Gut, ich bin gutredig, ich bin sehr kackig Gg, ja, ich hab so'n Scheiss zusammengespielt Eisbocher, GG, ihr habt echt gut gespielt, ey, scheisse noch eins, GG Jungs, ja, ey, das hätte total anders ausgehen können, ihr hättet gerade so gut gewinnen können, das war so ein Kopf-an-Kopf-Thing, mal echt stark gespielt, ja, ich wundere, dass ich da überhaupt was getroffen habe, ja, können wir machen Björn, die hätte ich hier zum Beispiel gerne mal getrackt, ja, schon gut, schon gut, verstehe ich, pfuh, ja, das ist eben das Schöne, dass wenn Leute reinkommen und ein schönes GG schreiben, ich meine, sie haben auch echt verdammt gut gespielt, wir hätten es auch gerade so gut verlieren können, ich habe das Gefühl, die haben bei Meilen weit besser gesniped als ich, ich konnte sie einfach mit der Granate irgendwie ein bisschen unter Druck setzen, das ist das, was ich immer mache, wenn ich merke, ich verliere mit dem Scharfschützengewehr, dann setze ich sie mit Granaten unter Druck, pfuh, in einer Runde habe ich euch Double-Quickscope gedrückt, ja, der war echt heftig, der war echt heftig, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, ich habe wirklich gut gespielt, dass ich mal gegen Nexus komme, in Usiris, aber irgendwie, ich habe das nie, nein, und danke für den Anstand, Eisbocher, dass du mit einem netten GG reinkommst in den Stream und so, das ist leider Gottes, vernünftige Leute, genau, leider Gottes nicht mehr selbstverständlich, ja, absolut, ja, absolut, alles klar, ich freue mich auf ein Rematch, ja, Prüfungen von Osiris, bravo Team, Nova Striker Klinge, danke dir, ebenfalls, Eliminiert eure Gegner, und erringt den Sieg. Oh, warum lauf ich auch da rein, Step, pushen sie vor. Ja, meine Granate hat mega schnell connected, wenn du gut kannst, ja, sehr schön, sehr schön. Ah, der war da, oh shit. Oh, cool, dass mein Schlag gar nicht connected hat, cool, cool. Ich habe gegen Twitch game letztes Spiel gespielt. Ah, er spielt gut, Ante, ja, aber auch machbar. Richtig, ich muss einfach seine Schwächen ausnutzen. Ist sie tot? Ach, der hätte tun. Ist er alleine? Oh. Ja, ich habe ein Nate-Hut. Oh. Oh, rip. Nein. Wie? Von rechts nochmal. Jesus. Ey, Alter. Sorry, ich bin so schlecht, gute Granate. Hat er kaputt gemacht, jetzt stehen sie oben drin. Granate kommt runter, Achtung, Axio. Einer kommt nach, der andere geht zu der Treppe. Treppe hinten spawnen. Jo, wie kann der mich? Andi, wenn du jetzt zurückgehst, kriegst du den einen. Du wirst jetzt umlautscht. Ja, ey, komm. Oder komm hoch. Ja. Probier du zu pushen, Andi. Ja, von hinten, von uns aus dem Spawn. Hol den oben. Und dann hole mich. Geht hoch. Du kannst mich holen, Andi. Ja, jetzt nicht mehr. Der letzte ist unten. Ich hole mich oben, ich hole mich oben, ich hole mich oben, ich hole mich oben. Ich hole mich oben, ich hole mich oben, ich hole mich oben, ich hole mich oben, ich hole mich oben. Die kommen Mitte hoch. Jetzt holen wir den Rewive von unten, natürlich. Ja. Ich geh zu ohne. Ne? Geht die Zone ein, um zu einem schnellen Ende zu kommen. Einer kommt über Treppe hinten. Wie zu spät sein. Ja, kommen wir nicht mehr. Nein. Komm 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 komm. Yo, sauber. Hohohohohohohohohohohohohohohohohoho Habter gewonnen Handel, ja, schon gut. Das match ist unentschieden und nix kommt einer hinten rum Nein, ich muss weg. Nein, das gibt's nicht mehr. Ich slipe hier die ganze Zeit gegen einen. Ist tot. Genau der. Ja, ey, ich häng hier. Ja. Nein, ist der auch noch da. Scheiße. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hinter dir. Es hat mich geschatten schritten. Es hat mich schon gedreht. Hat er geschatter schritten? Geschritten. Wenn du merkst, die kommen oder irgendwas und wir sind weg, kommen hinterher. Ja, wollte ich ja. Der hat durch die Tür reingeschossen. So. Und von hinten kam auch noch einer. Yo, Klinge. Ja, ich bin, ich kann nichts machen. Sorry. Nur lauf. Nein! Och, die Klinge ist aus. Und in die Mitte hoch. Komm, Pure. Och, danke. Ab in da. Ich tu nicht so. Oh, ich könnte zum Locker haben können und ich hab den Punt vergessen. Oh, scheiße. Ich habe den Punt vergessen. Nein! Puh. Okay, die ganzen Kämpfer hat es am Ende hier der größte Krampf. Mann, scheiße. noch eins. Puh. Setz alles auf eine Karte, Hüter. Es steht noch unentschieden. Ja, von hinten. Ich muss weg, ich bin so low. Oh, der hätte tot sein müssen. Komm rein, Andi. Och, er hat mich gestickt. Weiß. Die sind beide voll an der Tür. Oh, oh, oh. Beide voll an der Tür hier. Du weißt es. Hol dich. Schön. Ja! Schreck doch. Schön. Ich hab gleich Nova voll. Du managst das Ganze hier gerade. Ich mach gar nicht so viel. Es war glücklich, dass ich den noch getroffen hab. Ich managier gar nicht, aber. Einer unten. Ja. Ich dachte, den blockierst du. Schlag. Uh. Nice! Oh, nice. Nice! Sure. Sure. Das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich nie gedacht. Alle drei auf mich. Oh, krass. Das war jetzt Pech vom Feind. Ich hab nur einen gesehen. Ja, ich dachte mir, dass er einen gesehen hat. Ja. Ich hab den zweiten noch gesehen, dachte mir, so cool, ein Double. Und dann Dribble. What the fuck? Jetzt rechts außen einer. Warlock down. Schön. Direkt an den Eingang zu denen. Siden down. Und Klinge ist bei mir fast tot. Ja, sauber. Nice! Gut. Genieß diesen Moment. Du hast ihn verdient. Sehr gut. Schön. War spannend, he? Doch. Na spannend. Prediger, guten Abend. Jo, danke Dave, danke Dave. Hat echt Spaß gemacht, so. Du bist schon dreimal durch, Andi, oder wie? Ich bin so dreimal durch, ja. Okay. Oh, 7,3. Ha. Viel gewünscht, Tigi, danke dir. Einfach mal Dankeschön. Danke euch. Hammer Merkur. Rein. Gucken, was ich kriege. Merkur. Merkur. Les Tours de Merkur. Les Tours de Merkur. Les Baguettes in Rosette. Das war das zweite Flawless heute. Auch nicht schlecht. Es hat zwar gedauert, aber es hat geklappt. Ihr könnt bei mir... Die waren wirklich gar nicht mal so schlecht. Nee, dann gut. Der eine spielt eine 265 Weekly, der andere eine 212 und der letzte eine 2. Wir können jetzt gewetten jetzt machen. Und zwar... Ich hab noch gar keine Waffen gezogen beim Leuchtturm. Kann ich jetzt machen. Und zwar könnt ihr wetten. Ihr ausruft jetzt ein Bett ein und dann die Nummer der Waffe, wo hinten dran steht. Handfeuerwaffe, Impulsfarbe, Scout oder Automatik. Ist das beim Board so eingestellt, dass das geht? Mhm. Okay. Ausrufezeichen, Bett, 0 für Handfeuerwaffe, 1 für Impuls, 2 für Scout, 3 für Automatik. Das mach ich vielleicht auch mal. Ist keine schlechte Idee. Du musst das eigentlich noch so viel bei dem Board einstellen mit... Top-Punkte, Top-Stunden, all sowas. Was? Top-Punkte, Top-Stunden und 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 und. Da kannst du doch so viel machen. Ich weiß, ich muss mich mal intensiv damit auseinandersetzen. Kleing oder da? Mhm. Naja, klar. GG, Dudes. Danke, Danke, Danke. Danke. GG. Oh, die Nova war echt gut. Hehehe. 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 Hehehe.